Zwei Stacks oder so Moment, die heißen im deutschen Werfer darf ich offiziell Shodoku begehen Was willst du machen? Suizid! Ne, heut nicht Heute ist schöner Tag Heute, 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 ne Also, ne Moment, lass mir auf den Tagesplan gucken, nö Also, wie viel Erde hast du? Ich hole schnell ein bisschen was Ja, ich bin schon mit dir I am behind you Ey, hier sollten wir echt ne Treppe hinmachen, gell Ich baue mir jetzt gleich ne Treppe von meinem Haus zu meinem anderem Haus Ne, ich meine, dieser Aufgang, da müsste echt ne Treppe sein Dann, Nils will da was machen, aber da kommt ja nicht der Spacken Der muss ja doch pennen Na, hier unten Hier, unter der Kiste Pfeif mich nicht an Alter, geil Nice Ja, komm, ich nehm mich mir gleich ein wenig Danke Ich war mir immer noch weh in den Nav Ey! Alter, ich will wieder zumachen, hör auf mich zu schlagen Alter, ernsthaft Mach dir einfach meine Bude kaputt Ja, ich baue das auch wieder zu, ey Muss mich nicht gleich hauen, wir sind im gleichen Team Du hast noch 10 Leben, Alter, ich kann genau abschätzen, wann ich dich töte, wann ich... Ja, und 26 Level und dann wird deine Bude brennen Alter, im Ernst, warum haust du mich so oft auf einmal? Weil du einfach mein Haus kaputt machst, ohne... Alter, das ist Erde, Erde kann ich sofort neu platzieren Trotzdem Nein! Machst du an gleich, ertrinke einfach Ich will aber kein... Ich hab keinen Durst Ich ertrinke, nicht verdursten, nicht verwechseln Ja gut, dann verdurste eben Äh, vertrinke eben Was? Ich hab selbst nicht mehr mitge... Ich peil grad selbst nicht, was du meinst Ja, du kannst ver... Äh, ertrinken Und vertrinken Das ist wie er... Äh... Ja? Ich würd aufhören Ich würd aufhören, solang's noch geht Du kannst verdursten Und durst haben Punkt Also, wenn's ein... Äh, ertrinken gibt, dann musst du auch ein Pferd trinken geben Wie beim Verdursten Weißt du, wie sich Pferd trinken für mich anhört? Ungefähr so Das hat voll viel Oder kommt da noch was? Ich trinke... Genau, das ist so Ich trinke 5 Liter, du trinkst 5 Liter, dann haben wir Pferd getrunken Das ist Pferd trinken So, jetzt brauch ich Closed... Closedone Mein Helm ist kaputt wegen dir Alter Was? Mein Helm ist wegen dir kaputt Schau, meine Kiste, das Eis machte 9 Ja, gleich Puss nicht so rum Wuhu, ich hab, äh, wieder was gefunden, was ist gut Was ist weiß und will meine Hose... Äh... Warte, warte, warte... Kommt aus meiner Hose... Warte... Okay, ich will... Wohin, nochmal, nochmal, nochmal... Was ist weiß und kommt aus meiner Hose... Genau, Quarz Das hat's irgendwie nicht besser gemacht Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen Entschuldigung... Bei mir ist eben nicht mehr alles so fit im Schritt wie bei dir Fit im Schritt... Yeah So, Hühnerchen, ich muss erst Glowstone platzieren Damit ihr auch ein wenig Licht habt So, in der Bude Voila Ist alles in Ordnung Ja Klingt nur aus Zufall so ungesund, oder? Klingt nur zufällig so ungesund, oder? Hat sich nicht so anhört Ich hab 38 Hühnchen fett nach gerade auf Hätte ich mir braten sollen Und er will gleich braten Wie bestialisch Ich steh im Garten Und hab nen Harten Ich könnt ihn braten Will aber lieber noch warten Alter, was ist denn scheiße? Ich hab hier überall Trichter Verdammt! Los, Hühner, geht durch Verpisst euch Geht da rein Drecksviecher, ey So, hier mach ich zu Was zum Fick der PvP-Pro Wurde von nem Zombie erschlagen Ist peinlich Du bist PvP-Pro Das hör ich auch zum ersten Mal Nein, nicht ich Can Achso Das hör ich auch zum ersten Mal Okay Du wirst schon, dass das andere Team Zufall ich PvP Bosshafte Team ist Ne, ne Ich bin auch put im PvP Und so Boah, jetzt Alter, ey Verpisst dich, du Huhn, ey Bist aber dann endgültig im falschen Team Gehörst ins BVP-Pro Team Ist das rassistisch, wenn ich so rede? Ja, ich glaub schon Pfff Geht weg, Hühner Bist du rassistisch, wenn ich sechsele? Fickdinger, ey Hühner stinken Jetzt geh da weg, Alter Wir sind Masthühnchen Was erwartest du? Ich kann kein Block da platzieren Müssen ins doch betreiben Ah, Mann Weißt du, ich hab grad die effizienteste Methode gefunden Netherrack zu farmen Immer wenn ich irgendwie in der Luft schwebe Äh, und Quarz farmen will Aber mir fehlen irgendwie Steine Geh ich einfach in die Wand rein Und farme ein bisschen Qua- Netherrack So Bis ich so 50 Stacks hab ungefähr Endlich Ja, ich glaub mittlerweile hab ich ein paar genug Stacks dafür So, jetzt hörte ich die restlichen Hühner noch Die Hühnerkrise ist vorbei Hatten wir jemals ne Hühnerkrise? Ja, wir hatten zu viele Zählt das wirklich als Krise? Äh, nein So, jetzt muss ich den Dispenser Es zählt nur als Krise Wenn du denkst, es ist ne Krise Hm Es zählt nur als Krise Wenn Ne, es gibt da irgendeinen dummen Spruch Mit dem ist es nur das Wenn du denkst, dass es das ist Aber wenn du jetzt denkst, dass es das ist Und du weißt, dass es das nicht ist Dann ist es doch das irgendwie doch nicht Das macht irgendwie Sinn Könnte es Jesus sein Oder Gott Oder beide Also mich verwirrt er auch, Leute, ne? Ach, ein bisschen Wahnsinn muss sein Entschuldigung Ich steh im Garten Hab nen Harten Drei Tüttel sagt Drei Proudly Presented You Boah, Alter, das ist so ein Ohrwurm Hab ich letztens erst gehört Ich auch Trotzdem, mega Hat Entschuldigung, ist eben so Drei Tudel sagt, drei kann es eben Ja War lustig Ähm Mich hat mal ein Kumpel gefragt Ey, kennst du Drei Tudel sagt, und ich sag so Ich kann ja nicht leiden Ich hab's nur einmal gesehen Und da Den Typen musst du slayen Also der hat letztlich verdient Muss wissen Ich hätte gedacht An Tudel sagt, drei wäre Let's Player Das ist peinlich Oh Schämlich Schämlich Schämlich, schämlich Aber er könnte mit seiner fucking sexy Stimme das sein Ja, könnte er Ich sag immer wieder gerne Welch ein Mädchen Ich würde ihn heiraten Sag ich nicht Ist so der Standard Satz Wäre ich das und das und das Für dich das und das und das Tudel sagt, ich würde ihn sagen, dass schon wieder ein PvP-Pro Derselbe nochmal Schon wieder gestorben ist Oh, ich muss hier raus Hm Nicht einfach Kennst du das? Du drückst, du drückst, du gehst, du gehst über den Abhang und schiffst es die ganze Zeit Ja Und du hast Angst, dass plötzlich einfach die Shift-Taste versagt Was schon des öfteren vorgekommen ist, hast du immer Angst, ne? Es ist schon fast Psycho-Spielchen, die Minecraft mit dir spielt Ja Minecraft, das Psycho-Thriller-Spiel Aber, muss ich halt echt sagen Jeder Krimi ist ein Witz dagegen Null Uhr morgens Äh, ne Vier Uhr morgens Mine Minecraft Also in der Mine In der Mine sein, ne? Schlimmstes Horror-Game Wow, ich sollte essen Ich hab noch drei Ess-Dinge Was? Du hast noch drei Essens was? Drei Essens-Balken Bei mir sind's Händchen-Coilen Wo wir schon grad von Händchen-Coilen spielen, ich soll immer noch die Händchen braten Ja, mach halt Ich halt dich da jetzt nicht ab, ne? Ja, sollte ich machen, aber ich bin zu faul Ich hab die Hühnerfarmen wenig verändert, ne? Ich hab schon Ist hier viel Quarz! Jackpot! Wuhuuu! Erstmal, erstmal richtig hart schreien Moment, muss ich kurz fappen gehen User left your channel Ich weiß jetzt nicht, ob ich lachen oder weinen soll Schild, Schild, Schild User joined your channel Oh, das tat gut Ich hab jetzt in der Aufnahme gefuckt außerdem Ich drück grad die Eier in die Hühner Loll Das hört sich irgendwie falsch an Ich versuch grad irgendwie An den Lava-Spot zu kommen Oh, ihr habt's geschafft! Mann, bin ich gut, Alter! Voll riesig Ich bin's ja voll happy Voll Peppi! Arm juckt Arm juckt Aua Wäh Warte mal Redet nicht über das namens Peppi Könnt jetzt rückschlagen So, wir haben jetzt mega viel weniger Hühner als vorher, ne? Versiegt der Scheiß jetzt? Versiegt der Scheiß jetzt? Ja, versiegt! Juppu! Was soll mal das sein sollen? Ein Juppu! Jetzt überleg ich gerade Wie mach ich das? Ah, genau Ne Doch Läuft nicht Yeah, läuft! Ey, weißt du, wir könnten eigentlich mal über ein Thema reden Läuft gar nicht Ey, Liko, wir könnten mal eigentlich über Themen reden So, Thema Was? Äh, Texture Packs Schwangerschaft Ne, weißt du, was lustig ist bei den Texture Pack Sachen ist? Ähm, das erste HD Texture Pack war Misas Nutzt das heutzutage noch irgendwer? Nein Misas scheiße, muss ich halt echt sagen Das war das erste Texture Pack, das ein HD war Ich fand's scheiße Ja, jedem das seine Ich hab's früher gerne genutzt, aber mittlerweile gibt's eben Sphax Das ist wirklich schon Standard geworden Ja, Sphax ist natürlich Burner Ist natürlich Burner Äh, Junge Naja, ich hab versucht immer eine Alternative zu Sphax zu finden Einfach, damit ich nicht Sphax nutzen muss Sphax sieht natürlich Arschkä... Das ist so ein scheiß Wort, Alter! Sphax! Ich weiß, er fasst immer wieder halb auf die Zunge, Alter! Ja, das Texture Pack ist geil, wir wissen's, Nico! Das ist halt der Challenge in dem Texture Pack, weißt du, du darfst es nicht benutzen, wenn du es nicht schaffst, das Wort richtig auszusprechen Sphax! Shit Ich kann's auch nicht aussprechen, nur wenn ich so schnell rede und dann Sphax aussprechen will, dann klingt das so deppert Weißt du, was was heftig ist? Ja, schön Da steht ein, ähm, Zombie Pigman in mir drin Wirklich in mir drin und ich bau grad was ab Das ist innige Liebe Der bewegt sich ein Millimeter in meine Richtung und ich schlag den an und bin tot Das ist Liebe Liebe, Feinfühligkeit und so ein Zeug Einmal vom, naja Hast du nochmal? Einen Einen Und ich hab, äh, in der letzten Aufnahme noch ein paar gefunden Weil, sollen wir versuchen, mit den Diamanten, die wir haben, ähm, ne Spitzhacke, ne Fortune-Pickaxe zu kriegen? Ähm, ich hab nur ne, äh, ne Dia-Spitzhacke Ne, ne Glücksspitzhacke zu entscheiden Ja, aber, ähm, allgemein reicht, äh, ne Dia-Spitzhacke mit, mit Glück ist total unnötig, ne Eisen reicht dicke aus Glück, ne, ich mein, ach so, äh, ne Glück auf ne Eisendreich dicke aus, weil, ne Dia ist, Dia ist viel praktischer Die hält doch länger Ich mein aber nur, dass wir, dass wir ne Glücksspitzhacke haben, falls ich, äh, äh, da verzauber ich lieber zum 50 Mann Buch Nee Weil dann kann ich die Bücher zusammenfassen zu einem fetten Spitzhackenteil Und dann verzaubern wir eine Spitzhacke mit 50 Billiarden Glück 50 Billiarden Unbreaking 50 Billiarden davon 50 Billiarden davon 50 Billiarden davon Und fertig Du weißt schon, dass man nur 5, nur, äh, oh Ich weiß, man kann maximal 3 haben, aber man darf doch wohl noch träumen Nö Heute nicht Zerstören wir nicht meine Träume, dass Träume real sind Wie das klingt, zerstören wir nicht meine Träume, dass Träume real sind Denn Träume sind in Wirklichkeit fiktiv Die sind so tief, dass sie schon wieder ficken und tief sind Oh Mann Ich muss Ich weiß, meine Witze sind heute echt schlecht, aber ich habe einen schlechten Tag gehabt heute Merk mal nicht